Was ist schon eigentlich letztes Mal passiert in diesem Tricks-Game? Warte mal kurz, guck mal kurz rein. Nein, Dicke, laber nicht. Da gibt es zwei Sachen. Ich muss da wieder rein. Aber gib mir mal das Talisman jetzt. Take the Chinese Talisman and perform the Exorzism. Of course, no problem. So, vegan, lalalalala, bescheuern. Ah! Şeyim sıkıştırdık ha. Go to market, cook dinner, prepare like super for me. Peh, peh. Says so, prepare. Come on, yeah, ching chums. Bitte. Sıçtım zaten donumanız. Lalalalala, kommt jetzt. Denk an meinen Namen. Ja, ich denke an deinen Namen. Aber ich werde es nicht aussprechen. Ich habe eben alles auf TikTok gesehen, fast gestorben vor Lachen. Oh, da hellerlosen Adam. Dankeschön, Bruder. Voll der Süße, Dicke. Versucht mich zu pranken hier. Ah! Nicht weiss. Lalalalala, Dicke. Lalalalala, tschüch, 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 tschüch. Lalalalala. Yo, Bro, musst du ja nicht die Uhrzeiten machen von dem Zettel erst so. Ernsthaft? Hab ich jetzt Fehler gemacht? Aber Leon erb hier. Leo Sanagüsten, Bro. Ich weiß nicht, was der macht. Der ist tot auf dem Boden. Ich ziehs jetzt durch, Dicke. Lalalalala, mir egal. Ah, no, no, no. Kalle, wir versuchen das jetzt. Wir versuchen jetzt erstmal die Uhrzeiten auf der Uhr, also 36, etc. So, 36, 8 Uhr, 9 Uhr, PM. Alles PM. So, wir gehen auf 36, ok? Erledigen das, wenn es überhaupt möglich ist. 36. Nein. Siehst du? Geht nicht. So, wir können lediglich 8 Uhr wählen. Das bedeutet für uns, wir müssen wirklich sneaken, rausgehen, Tür zu machen, Talisman drauf, beten, auch zu draufspucken, exorzieren. E nomine Padre et fiti spiritus santi, weg mit dir. Und irgendwann haben wir das erste Kapitel durchgezockt. Wenn eventuell möglicherweise diesbezüglich uns niemand in die Quere kommen sollte, was ich bezweifle und ihr auch bezweifelt, da liegt ein riesengroßes Problem zwischen ihr und mir im Raum. Und dieses Problem sollten wir eigentlich einfangen und auf dem Tisch sitzen und klären. Aber du siehst doch, wie sie aussieht, Bra. Du machst das jetzt. Ha! Lalalala, die kommt jetzt. Komm doch, Maus, Digga. Komm, heide. Ich hab eh nichts besseres zu tun, weisch. Ich hab den ganzen Tag hier warten, weisch. Komm doch. Mikrofon, bringt's da? Mien, du, ich danke für deinen Follower. Ja, bravo. Ich hab den weg. Ich hab den weg. Ah, servus. Salaam, Maus, wie geht's dir? Lalalalalala. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh dein leben zerfetzt nein 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 du bleibst dort drin mögst du ewig verrotten wir bleiben jetzt hier ja auch so ein bilder ich gehe ich doch tot man ist doch alles gut wie genauso jetzt die genau sitzt nein maybe hat er gesagt maybe not fertig ist nicht mein problem klar selber ich dachte es so pranks auf den vielleicht geht er und guckt und so aber er kann auch nach hause gehen aber nein die wollen echt dass da reingeht du hast selber gesehen wieso willst du da reingehen der charakter den ich spiel das ist einfach gehirn du willst jetzt echt da reingehen um schlacken sie sind oder auf mich und mein frau sanken dankeschön bruder jetzt lass zusammen essen ich schwörst ja was zusammen dünn essen gehen muss ja nicht weit von uns kriege es nicht diese u wo ist jetzt ich sag was eure meinung wir werden jetzt die schweiß tür aufmachen und bei mein gott die wird durch wir warten wir warten jetzt bis die komplett exorziert ist ich glaube der will durch schlitzkuchen ja ja man weiß nie brauche durch schlitzkuchen macht ihr zu kein problem wir haben sie gesehen hat ja aber alles gut kommt genauso hey digga reicht doch wir haben doch gesehen wir haben doch gesehen einfach der will noch mal sehen bevor ich da noch mal reingehe würde ich würde ich mich lieber um hier und noch mal gesehen sehr schön fertig fertig wieso kommt kein erfüllt ziel und so mein gott du gehst rein sie spaltet dich ich sag doch hier noch mal gesehen vielleicht musst du dich hinknien und ich weiß ja nicht kaputt nene tazel was zu den digga der will echt wir sehen rein geh bist du behindert alles klar wir haben geredet alles klar wir haben geredet mach doch zu geh doch raus hallo hallo loh tu los teggeo don't worry your fritzvind sicklir gibt wir sind ein bisschen weiß ich dinero hier haben wir finden sie ja okay teggeo zihoh wovend ga wei lieko x stunden hier kommt stunden irgendwas kate voran aufgewacht immer wieder ALBEN wir sind情laken oba wei gering christlich etwas algún kodu Ich hab das nicht auf die Idee. Ich habe die Idee, ich habe es nicht auf die Einrichtung. Ich habe das schon einen Angriff angenommen. Ich habe das Gefühl, dass ich alle drei Jahre alt bin. Ich habe das nicht auf die Idee, aber ich habe es nicht auf das Gefühl, was ich heute nicht so. Ich habe es nicht auf die Idee. Ich habe es nicht auf die Idee. Ich hoffe, dass ich es auf die Idee noch nie zu finden. Ich hoffe, dass es eine gute Arbeit gibt. Ich hoffe, dass ich wieder ein paar Sachen find. Units Katie-chan Mach planen willst du dein leben man geht der kopf to refresh my mind Der geld wenigstens Guck mal was Katie schreibt seht ihr das Seht ihr das Katie meint grad ich lese euch kurz vor Barbara du und ich können leider nur freunde bleiben wir sind lunch gewesen steht in der nachricht bei 11 41 wir waren lang sagt die aber zwischen uns da ich keine elektrizität Das funkt nicht da ist keine verbindung da ist kein ampere volumen und weißt du ist halt nicht da Wir können freunde bleiben wir können gern wenn du willst bisschen chillen ab und zu mal lunch und dinner und so unser charakter der kleinen lappen baby wieso guck mal ich will dich doch du weißt doch bescheid hey bitte und so ich werde mich ändern fahren ich werde der sein den du brauchst ich bin für dich da du weißt so wie eine rose nicht aussuchen wo sie blüht so kann die liebe nicht aussuchen welche sie liebt ich liebe dich von ganz herz Schut Monster Lass sie doch gehen brah wenn du sie gehen lässt und sie irgendwann freiwillig kommt dann wahre Liebe und so Aber stalkst du doch nicht du hast gelesen die will nix von dir Naja guck dir mal das an Puh bestimmt ist kate sein tisch bestimmt ist kate sein tisch hier Die haben zu viel lego gespielt und die sprache von der Gülüm uff sylfikar baby wie geht's dir bruder jetzt geht's dir gut Hm eh was ist das Jetzt hab ich das lese jetzt hier hab ich nichts besser zu tun In der Mauer gehen wie gesagt I need some coffee Aber wo ist coffee Ah hier Hier ist Kaffee nimm einfach trinken Ja boh Ich verstehe das nicht dass im Horrorfilm, Horrorspiel immer so ein riesen Text ist Keine interessiert das Keine Das übt einfach niemanden Ist das die Mensa? Ist das eine Mensa? Kann man da rein? Ist das nichts? Kann ich manchmal rennen? Der denkt nur mit seinem ja ich schwörs dir Der denkt nur damit Der will einfach nur rein lippen Oh ok Wo wir da rein gehen Zu 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 Hier gibt's nichts alles klar Wir holen uns so einen Kaffee jetzt Weil refresh meint und so Wenn ich jetzt E drücke Wenn das jetzt am ausrasten ist Wer lässt so lang anklingen Digga Wer lässt so lang anklingen? Mailbox holen Ich dazu Scheisse Ich habe keine пишoder Ich habe Thermos Ja Miniv disabled Ich habe ich habe Ich habe noch ein Leben zu救en. Du sagst mir mal. Du hast es gesagt, dass die Unternehmen nicht nur ein Zettel verwendet haben. Es gibt einen DVD-Bereich. Das ist sehr schrecklich. Das ist, dass du in Stuttgart in Stuttgart verwendest du, dass du, wenn du, dass du, wenn du, dass du, wenn du, dass du, dass du, katie will dich ist ja alles von ist ja alles verständlich search the backup hard disk in the server ist ja alles verständlich ist ja gar kein problem wir können reden darüber sie will mich nicht ich wollte sie anschauen also mein charakter sie sie hat uns korb gegeben ich erkläre dir kurz ich zeig dir kurz die mail jetzt gesagt guck mal maus und so hier siehst du da um ist katie und da sind wir die sagt wieso die will nur freunde bleiben mit uns mein mandarin ist nicht so gut wie meine orange aber mit granatapfel geht es noch ich muss mich im enthalten darauf vorzubereiten man was muss ich jetzt hier machen ah das nehme ich mit take it to my computer als erst so einfach take it to my computer oh man talks auf oh 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 Was ist die Zeit? Ich bin Ah Kai. Wir sind hier. Wir sind hier. Es ist ein Video-Games. Es ist ein Film-Games. Ich bin jetzt mit euch. Geheimnis! ja aber was soll ich damit anfangen da ist der 7 rauf es ist eine zahl oder buchstabe ich kenne mich mit mandarin nicht so gut aus mein orange ist besser könnte diesen wasser an bitte zu machen 373 schreib mal bitte jemand auf 7 und 3 7 3 7 3 gedärme lunge gedärme 7 3 gedärme 7 3 okay take it to antique shop maybe you will get rich so pretty oh i feel that i got done für was nehmen das mit jetzt ne da gehen wir noch nicht rauch schnell ok was soll ich A, 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 o, a K, a, 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 a A, a A, b, c, a, a A, a, b, c, a, b, e b, a, b, c, a, a b, c, a, a, a c, a, a das Schreibern zum Beispiel mich und stelle nicht das es nicht ein d d d da war ich gar nicht so dass es nach die 5 ist richtig hoch 1 muss also mit 2 was für ein thema wieder beschworen dann versuch sie wiederzubeleben ja 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 Oh, 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 oh. Hallo. Kleppetis. Suprem, mach doch langsam, bro. So, follow doch zwei Minuten später, Digga. Hallo? Hallo? Star Platinum Savardo! Ora, 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 na, burana, Digga. Töbe, Star Platinum, Töbe, Digga. Come on! Come on! Wie selig sich den, Digga. Wallah, du hast gefehlt. Ich schau bei Gott, du hast gefehlt. Du hast richtig gefehlt. Ich hab dich richtig vermisst, Katie. Das ist die Wohnung von vorhin. Ich muss sie finden, nicht ich. Digga, Sieben. Wie ist das? Also erstmal suchen wir den Hammer. Gibt es irgendwo einen Hammer? Nein, gibt es nicht. Sogar alles ist gleich, gell? Ey, Digga, nächstes Mal bei Paranormal, ha? Denkst du weißt schon. Ja, Papa, legt mal vor allem. Klär das. Nein, 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 nein Bis zum Digg an.